So, dann gehen wir mal durch die Timefactory hier von Hartmann. Durch die Scheibe! Fertig! Los! So, Wasser. Ach Gott, ich muss noch hier hängen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus! Der ist da aus der Gruppe, putz die Scheiben! Aber noch hängen geblieben mit der Jacke. Nichts passiert. Oh, geschafft! So, mal gucken. Gummiseile. Gummiseile. So. Nebel. Oh, jetzt kommt mir ein geliebtes Glas da während. So. So. So, jetzt kommt hier weiter. So. Jetzt ist das. fangen boah ist das eng ne, das war falsch beim hängen rucksack hier rucksack hier rucksack hier rucksack hier das war nix nicht so einfach hier rucksack hier schon nur mal hier Mann, sind hier viele Seile da bleibt man in einem Rucksack ein Seil hängen, naja, aber es geht ich glaube, wir haben es gleich geschafft wir haben es geschafft, schönes Laufgeschäft schönes Labyrinth, nicht so ganz einfach, aber gut geschafft